Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs ein. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Ist War Ist gewesen Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich bin Du bist Er ist Wir sind Ihr seid Sie sind Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich war Du warst Er war Wir waren Ihr wart Sie waren Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin gewesen Du bist gewesen Er ist gewesen Er ist gewesen Er ist gewesen Wir sind gewesen Ihr seid gewesen Sie sind gewesen Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sei Du seist Er sei Er sei Wir seien Ihr seid Sie seien Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich wäre Du wärst Er wäre Wir wären Wir wären Wir wären Wir wären Fürs Schauen und bis bald Wir wären Wir wären Wir wären Wir wären Untertitelung des ZDF, 2020